So, genug von G-Games, das spiel ich mal ein bisschen an. Ich wollte noch was komisches zeigen. Das ist die Insel, auf der ich Trüffel einbaue, sonst keine andere Alternative bleibt. Das ist so ein komisches versorgter Scheiß, der, keine Ahnung, sieht aus wie ein explodiertes Atomkraftwerk. Da wachsen gleich meine Trüffel daneben. Sind ja sicherlich sehr, sehr uranhaltig. Das Tier-Märker-Bastard. Denn, wenn ich kann, wenn ich mal das Militärisches hab, genug hab, hat sich echt ausgebreitet, das ganze Map, dann werde ich auslöschen. Müssten.